So, sehr schön. So. Sehr geil. Mal gucken, was hier jetzt auf uns zukommt. Wenn wir das haben, dann können wir endlich weiter. Ich weiß zwar nicht, wohin, aber wir können weiter. Was ist das denn? Das gefällt mir nicht. Ich finde das so geil, dass die Musik sich so passend hier anhört. Also dieses... Das hört sich so an, als ob jemand auf so ein leeres Fass hauen würde. Das ist so gut. Genauso wie hier. Das hört sich halt so an, als ob jemand mit den Sachen, die hier rumstehen, Musik macht. Ich habe das zwar schon mal, glaube ich, gesagt, aber es ist mir egal. Ich muss das einfach noch mal wiederholen. Äh, nö, wenn der, ähm, nö? Oh, ich habe jetzt gedacht, da wird ein Fliegefuzzi rauskommen. Ist der jetzt so ein Sprachding? Nee. Hä? Ach so. Ich habe das gar nicht gesehen, dass da noch eine Tür ist. Dann gehen wir doch erstmal in die Tür. Da können wir hier nämlich einen Strom ausstellen. Sehr schön. Da. Huch. Huch. So. Nochmal. Hilfe! 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 Ich finde das auch lustig, dass die auf so ein Gitter fallen. Und ich stelle mir das total beschissen vor, wenn du... Die haben ja so komische Metallbeinchen ohne wirkliche Füße untendran. Das war eher nur so ein... Mehr so wie so ein Stock einfach nur. Und dann, wenn du dann halt so voll hart auf dieses Gitter da unten fällst, könnte doch, glaube ich, schon mal passieren, dass man da mit so einem Füßchen drin stecken bleibt, ne? Ich stelle mir das irgendwie lustig vor. Ich bin gar nicht da. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie es denn hier... Okay. L2 Kreis. Muss man sich ja merken, ne? Haben wir mal ein Quick Save. Das war gut. Okay, da oben muss ich dann auch wieder... Okay, das interessiert hier niemanden. Okay, dann haben wir erstmal hier das hier. Kommen wir da hin? Hier oben hin. Guck mal, da können wir den einen Typen schon mal... von dem Schläger da befreien. Double Kill. Aber wir können uns ja einen neuen holen. Das ist ja nicht so, als ob wir... Das hätte jetzt alles nochmal machen müssen oder so. Hilfe! Hilfe! Können wir auch direkt gucken, ob wir nochmal nach oben müssen. Weil ich denke mal... Die Tür, die unten war, die wird zu uns da vorne folgen, dass wir den Strom ausmachen können. So, da oben ist da noch irgendwas, nur der eine Typen... Nö. Dann können wir direkt nach unten. Warum sind hier überall Fleischsägen? Das gefällt mir nicht. Was sagt der da? Ich frage mich schon immer. Okay, wir sind woanders, als ich dachte. Achtung, keine unbefugten Slicks ab diesem Punkt. Ich bin nicht unbefugt. Ich muss hier sein. Erstmal gucken, was hier drüben so abgeht. Oi. Oi. Ich mache einfach mal einen auf den. Geht nämlich, glaube ich, schneller. Ich glaube, da müssen wir das erste Türchen nehmen. Dann schätze ich mal, werden wir in den Hintergrund kommen. Dann können wir aus dem Hintergrund nach vorne schießen. Gehe ich mal von aus. Ich darf nach unten. Die haben auch einfach so geschossen, ne? Oh. Ich kann das echt nicht abschätzen, wo der hinstieß, ne? Aber das war halt ganz gut so. Da habt ihr echt Probleme mit. Irgendwie will der keine kleinen Schritte bei mir machen. Okay. Ja, genau. Du hast dich auch noch aufregend, weil ich hier alle Sachen weggeschossen habe, ne? Ist klar. Okay. Fleischsegel, Fleischsegel, Fleischsegel. Tot? Nee. Kein tot. Schön. Machen wir mal einen Quick Save. Ich wollte gerade schon sagen, ey. Das wird jetzt wieder so. Okay. Das ist gut. Hier ist nichts. Dann können wir wieder zurück. Okay. Mal gucken, was uns hier erwartet. Er hier? Was hier? Ist hier tot, oder was? Da würde ich aber nachher nochmal reinspringen. Hier sind zwar keine grünen Fässchen. Äh, Fässchen. Sind es schon keine Fleischchen mehr, sondern... Ich komme ja immer noch nicht da durch. Habe ich irgendwas verpasst? Ich weiß nicht. Ach. Da war doch ein Hebel. Oder nicht? Ja. Den Hebel könnte man vielleicht mal ziehen. Ich bin aber auch ein Dummerchen. Ich habe eben gerade wieder irgendeinen Satz angefangen. Ich weiß nicht, wie der war. Ich denke mal nach rechts. Kommen wir wieder zu diesen Fleischseggen. Ja. Und links. Hoffentlich ein Teleporter. So. Okay. Jetzt gehen wir hier hin. Machen den Sturm aus. Und wir werden zerfärzt. Jetzt ist nämlich die Party am Laufen. Alles ist an. Okay. Nein. Niemals auf dem Weg in den nächsten Bildschirm speichern. Schön. Ja. Okay. Ich dachte schon, ich hätte mich vertan. So. Zwei hier oben dann. Da waren drei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob... Okay. Müssen wir dann am Ende gucken, ob wir alle haben. Ja. Okay. Jetzt auf jeden Fall schon mal zwei. Kommt der andere auch noch? Der sah gerade so ein bisschen verwirrt aus. Aber der kommt so gut. So. Ein Stück noch. Das haben wir gemeistert. Das haben wir auch gemeistert. Na. So. Mhm. Achso. Du bist angepisst. Nein. Mitkommen. Okay. Oh. Der ist so süß. Ich hätte... Eigentlich hätte ich noch gerne gesagt mitkommen, weil dann sagt der ja nochmal anders nein. Bitteschön. For you. Guck mal hier hin. Nur im Hintergrund, ne? Ja. Ja, lieber einmal zu viel rumteleportieren als einmal zu wenig. Nicht, dass ich dann doch irgendwas vergesse. Ähm. Nach unten? Ich weiß nicht. Ich stelle da nur wieder den Strom an. Andere Richtung. Höh! Jetzt haben wir vier. Und hier oben müssten dann noch drei sein, mit denen wir das da öffnen müssen. Hm? Seid ihr denn so... Wann habt ihr denn so eilig? So. Wir alle... Ja, was los? Die sagt okay und bleibt stehen, oder was? Ein bisschen doof sind die ja auch, oder? Ich glaube, das waren zwei am Anfang, ne? Hoffentlich. Müsste das eigentlich gewesen sein? Gucken wir nochmal hier. Da kommen wir nicht nach unten. Hoffe, dass ich die Anzeige hier sehe, aber ich glaube nicht. Ratsch, 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 ratsch. Nee. Na gut. Dann gehe ich jetzt einfach auf gut Glück. Da rein. Aber es sieht so aus, als ob ich sowieso noch irgendwo anders hinkomme. Weil da nicht irgendwas steht mit Ausgang, kein Zurück, bla bla bla. Na gut. Kann ich auf den Plan vielleicht nochmal gucken? Ich will nicht da oben hin. So. Nochmal auf den Plan gucken. Nee. Jetzt steht er leider nicht. Na gut. Na gut. Ich hoffe einfach mal, dass es sieben waren. Oh nein, hier ist noch so ein Ding. Spann auf denen. Und hier ist noch so ein Ding. Ich hoffe, dass ich um Super 1945 hatte im Vielen Dank.